Jetzt geht es hier mit dem nächsten Akt weiter und zwar Akt 1 Teil 4, welcher das sein wird, sehen wir jetzt gleich. Müssen wir selber mal eben weitermachen und dann schauen wir mal, was hier da abgeht. Hoffentlich wird es genauso kritisch wie eben. Akt 1, die Kreuzung, okay, ist klar. Achso, hier sehen wir die ganzen Akte. Achso, oh, das sind ja mehrere Teile noch. Oh, das sind ja noch ganz schön viele Teile, sehe ich gerade. Das sind ja richtig viele Teile noch. So, ich weiß aber gar nicht mit den Karten. Wie kann ich die denn einsetzen? Sind die jetzt eingesetzt? Also habe ich die jetzt eingesetzt oder was? Oder sind die jetzt aktive Karten? Ja, okay, sind die eingesetzt. Die noch nicht oder was? Ja, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also man muss auf jeden Fall die Karten auf jeden Fall so nutzen, dass es auf jeden Fall läuft, dann muss man so. Aber, äh, ganz 100% bin ich mir jetzt noch nicht sicher, wie es hier läuft. So, hier kann ich wieder irgendwas kaufen. Ah, da kann ich mir auch eine bessere Waffe kaufen, ne? Äh, weiß ich jetzt richtig, was ich gemacht habe? Äh, äh. Egal, ich habe mir jetzt irgendwas gekauft. Ich habe erstmal alles ausgegeben. Egal, ob es was bringt oder nicht. Ich brauche mehr Taschen. Ich muss nämlich mehr Zeug einpacken. Äh, ja, dann nehmen wir die mal mit. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe noch die Ahnung, ob es hier ist oder nicht. Alle fertig? Ich hoffe schon. Okay, wir haben mal los. Gucken, was passiert. Sieht bedrohlich aus, auf jeden Fall. Wir haben keine andere Wahl. Das oder schwimmen. Und, hat irgendwer eine bessere Idee? Dachte ich mir. Wie wäre es, wenn wir dann mal unsere süßen Hinterl über den Fluss schaffen? Ja, sie haben ein paar Untote wegschießen, hier. Oh. Genau, was ich wollte. Immer schon alles mitnehmen. Oh ja, boom. Oh, ich bekenne nur die Idee. Keine Chance. Lauf! Rückzug, Rückzug. Ich komme von überall. Okay, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich kann nicht laufen, ich habe keine Ausdauer. Aber, ah! Laufen ist die beste Verteidigung. Ich kann nicht mehr laufen, keine Ausdauer. Oh, Leute, hier ist ein Ausdauer. Aber, ah! Oh, cool. Verstärkung. Nice. Oh, da kommen wir zu viele. Ich wollte da noch reingehen. Egal. Verteidigungsposten einnehmen. Wir müssen das Schiff versenken und die Front schließen. Bereit? Bringen wir es hinter uns. Zwei von euch bringen Sprinkstock aufs Boot. Der Rest übernimmt von mir aus die Deckung. Geh doch den Kopf! Na, da, na! Spasschiff! Machen wir das jetzt? Na los! Was soll ich machen? Ich mache das mit dem Boot. Muss er denn da rein, oder was? Da drüben! Nur einen Moment! Da drüben! Das steht. Beton haben, schießt! Muss er alleine hin, oder was? Da drüben! Wo ist das Team? Komm mit mir! Ich vertraue euch auf euer Können und also ich weiß alles gut. Hilfe! So! Meine Frage ist gerade, wo ist verdammt noch mal noch ein Gang nach unten? Wo sind meine ganzen Teammels? Ja geil! Ich weiß nicht, wo ich die Bommel legen soll. Ich weiß nicht, wie sie runterkommen soll. Hä? Ich loote hier erstmal eine Runde. Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht, Leute. Ich glaube, der versteht nicht, dass er da mitkommen muss, oder so. Okay, der Mann hat das Spiel verlassen. Jetzt muss er es alleine regeln, oder was? Oh, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Was ist denn das für ein Blödsinn, Alter? Hä? Ach da! Leck mich doch, ey! Ich habe auch nur eine Ladung gehabt. Der andere muss ich jetzt auch noch holen. Ja, toll. Gut, dann gehen wir erst mal wieder zurück. Nur noch nächste Ladung. Ist ja gar nicht aufregend hier. Hier überhaupt nicht. Jetzt müssen wir noch alleine spielen hier. Alle rausgegangen. Oh! Umso mehr Punkte für mich. So! Wollen wir noch mal kurz aufladen hier? Oder so? Kann ich hier irgendwie... Irgendwie Leuten hier irgendwas geben hier oder so? Kann ich irgendjemanden heilen, oder... Das sind ich denn, oder? Was ist das? Das ist das, was ich. Ist ja gar nicht so. Ich bin. Ich bin. Weil ich nicht so. Nee, ich bin. Dann bin ich! So, jetzt gehen wir nochmal runter, wo ich da eigentlich gar nicht mehr hin will, um jetzt zu sein. Ja, ja. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen konzentrieren. Oh, halt schon aufgedrückt. Ja, hau mich mal, Alter. Hier ist Top 1. Wenn ihr endlich mit den Spielchen fertig seid, bewegt sofort eure Asche hier her. Oh, Shitten. Mucki, Mucki. Lauf! Ich kann nicht laufen, ich hab keine Ausnahme mehr. Ah. Die Muni hab ich auch gleich nicht mehr. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Genau, was ich wollte. Aha. Eieieiei, schneller, zwei Sekunden. Oh, ich kann nicht... Ah, ich kann hier nicht runter. Oh, safe. Oh, schön. Oh, schön. Toll. Oh, schön. Oh, schön. Oh,これ ist ein, schuze. Oh, schön. Oh, schön. Scheiße! Hm, was geht denn? Wer macht das? Hm, viel sicher. Halt du! Raus aus meinem Haus! Oh-oh! Abgeschlossen! Endlich! Aber coole Zwischensequenzen und so macht es einen Bock! So, ja, bereit bin ich schon, aber ich will jetzt mal irgendwie mal zurückgehen. Da sind wir jetzt hängen geblieben hier, dann machen wir demnächst auch weiter. Aber, wie gesagt, ich will mal eben aus dem Spiel raus. Will mal gucken, was ich noch irgendwie kaufen kann oder so. Ich weiß es gar nicht. Mal schauen. Okay. So, jetzt sind wir hier wieder am Vorort und kriege jetzt ganz viele Sachen hier. Kann ich hier irgendwas kaufen jetzt irgendwie? Nee. Okay. Kampagnen-Decks. Ich habe ja noch ein paar Sachen dazugekriegt eigentlich, ne? Aber die sind schon alle drinnen, glaube ich anscheinend. Sind schon alle drinnen. Ja, schade. Na ja, erst mit den Karten muss ich mir nochmal angucken, was ich hier machen kann und so und was nicht. Ja, wir sehen uns dann aber im nächsten Akt wieder, würde ich sagen. Und dann beim nächsten Teil vom Akt. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis nächstes Mal hier bei Back4Bloat. Tschüss. Ciao. Tschüss.